Heute geht es zu den Ankerplätzen zwischen Wallsee und Yps-Persenbeug. Im Prinzip gibt es auf diesem Teilstück der Donau nur den Altarmwallsee und noch die Insel vor der Mariner Radebauer, da im Rest des Strudengaus einerseits zu viele Strudeln sind und eine hohe Strömung herrscht. In der Einfahrt in den Altarm befinden sich links und rechts je ein Yachtclub. Wer einen gemütlichen Nachmittag verbringen möchte, sollte sich in den hinteren Teil des Altarmes legen. Da vorne beim Beach- und Wassersportzentrum auch eine Tube-Strecke besteht und es dort im Sommer recht wellig wird. An dieser Insel habe ich im Sommer das ein oder andere Bootangang gesehen. Ich selber bin innen noch nie gefahren, weiß also auch nicht wie tief dort das Wasser ist. Vielen Dank fürs Zusehen, bitte abonniert meinen Kanal und Verbesserungsvorschläge bitte in den Kommentaren vermerken. Tschüss! Tschüss!